Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder. Keine Frage. Oh, hallo. Schön, dass du den Kanal wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. Schaut euch mal das neuste Winterzaubervideo vom Papa an. Daumen hoch, ein schönes Like. Ich freue mich. Bis bald. Tschüss. Oh, ja. Hast du mich vermisst? Oh, ja. Oh, ja. Hallo zusammen. Schön, dass ihr meinen Kanal wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich von Herzen. In dem Winterzauber. Ah, schaut mal da. Schaut mal da. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Das ist Roland Mack. Was macht er im englischen Bereich? Da muss irgendwas sein. Gehen wir ihn mal einfach hinterher. Ja. Okay. So, jetzt geht er hier zum Landenbus. Irgendwas muss hier sein. Bevor Roland Mack mal hierher kommt mit einem Zettel in der Hand. Ich lasse mich überraschen. Ah, schaut mal. Die Jacke. In der Deutschen Allee gibt es die. Zu kaufen. Von Camp David. Okay. Dann schauen wir mal weiter. Das ist sein Auto. Ja. Mit dem ist er immer unterwegs. Schön. Okay. Wir gehen mal weiter. Oder schauen weiter. Ah, schaut mal her. Jetzt gucke ich gerade hier rum. Innerhalb von Sekunden. Ganz viele Menschen. Es darf ja wohl nicht wahr sein. Was ist hier los? Roland Mack ist da. Hier am Diskutieren. Okay. Schauen wir mal einfach weiter. Lassen wir uns überraschen. Und ganz viele Kameras habe ich gesehen. Seht ihr es? Ganz viele Kameras. Und die Euromaus ist da. Ja, was geht hier, Leute? Habe ich da wieder ein Glück? In den Sekunden, was irgendwo passiert. Es darf hier wohl nicht wahr sein. Übrigens, viele Grüße an Manuel. Er weiß, was ich meine. Okay. Okay. Schaut mal her. Was ist hier los? Ah, da kommt eine Nachricht. Okay. Dankeschön. Dankeschön. Ah, schaut mal, wer da ist. Von der Seite. Das ist doch Ross Anthony. Ach, nee. Mit Roland Mack im Gespräch. Schaut es euch an. Von der Dinnershow. Der Koch, so wie es aussieht. Die Euromaus. Ja. Leute, schaut es euch einfach an. Es ist einfach mega. Glück gehabt. Fünf Minuten, sage ich mal. Von 24 Stunden. Und ich laufe hier vorbei. Ah, schau her. Der Ross. Irgendein Buch hält er in der Hand. Ich mache mich mal schlau. Okay. Backen mit Ross sehe ich gerade. Ja. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Rest des Videos. Schaut es euch an. Und bleibt gesund und passt auf euch auf. Und vor allen Dingen. Ich kann es nicht oft genug sagen von Herzen. Danke fürs Anschauen. Und fürs Weiterleiten und Teilen. Bis bald. Hoffentlich im Park. Martin. Schön. Das war's für heute. Musik 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 Musik